Musik Ja Leute, erstmal schöne Grüße aus Kalifornien. Am 6. und 7. Juli ist es wieder soweit. Jürgen Höller, der Meister der Motivation, ist wieder aktiv. Und zwar diesmal in Düsseldorf, am 6. und 7. Juli, mit Zubishi Halle. Auch ich werde da sein und euch alles erklären, wie ich von Deutschland nach Amerika kam, wie sich alles entwickelt hat, auch etwas Trainingstipps natürlich. Ich glaube, es wird ganz interessant. Also, am 6. und 7. Düsseldorf, mit Zubishi Halle. Euer Ralf Mörder.